Ich bin Julian, ich bin einer der drei Gründer von Flink. Wir machen Lebensmittellieferungen on demand. Das heißt, wir liefern aus unseren kleinen Hubs direkt zu unseren Kunden. Lebensmittel nach Hause und unsere pinken Fahrer sind aus den Städten, glaube ich, kaum mehr wegzudenken. Also, was erstmal wichtig ist zu verstehen, ist, dass die Personalkosten unserer Fahrer, unserer Hicker und Obst Associates die Regale füllen, ist nach dem Wareneinsatz der größte Kostenblock für uns. Deswegen war von Anfang an sehr wichtig, dass wir die Schichtplanung so effizient wie möglich gestalten. Quenix hat uns im Prinzip eine maßgeschnellerte Lösung geboten für unsere Use Cases. Quenix hat eine extreme Expertise, was die Vertragstypen angeht und hat uns extrem geholfen, sehr flexibel zu sein, die Vorteile einer GIG-Economy zu nutzen, während wir gleichzeitig die Leute fest angestellt haben. Zu Beginn von Flink haben wir sehr manuell geplant. Wir haben in Listen gearbeitet, mit Excel, Google Sheets, mit Leuten telefoniert. Sehr, sehr hoher Aufwand. Und mit Quenix konnten wir die ganze Planung zentralisieren und auch automatisieren, was uns dann das Leben einiges leichter gemacht hat. Das Ganze auch dann für eine fünfstellige Anzahl an Mitarbeitern dann tatsächlich die Pläne schnellstmöglich ausgerollt zu bekommen. Und es ist ein sehr großes Zeitersparnis. Wofür wir früher, ich würde jetzt mal sagen, eine Woche gebraucht haben, brauchen wir jetzt einen Tag für. Wofür wir jetzt haben, dass ich die KPI sehr gut sehen kann, dass ich alle Absenstmöglichkeiten sehen kann. Wenn ich ein Absenstmöglichkeiten sehe, werde ich alle die Schifte, und dann kann ich die anderen KPI so viel schneller und schneller erreichen. Die größte Vorteile für mich ist, dass ich eine sehr gute Aufwand mit ClearCraft habe, das sehr hilfreich ist mit Planung, und auch zu haben Ich kann sehr schnell sehen, alle Noten und alle Leitungen sehen. Ich kann mit allen E-Mail-Employen kommunizieren. Wenn es eine neue Information gibt, oder eine neue Information gibt, oder eine neue Information gibt, in der Firma, kann ich schnell eine E-Mail-Mail senden, und sie werden eine Notifikation bekommen, sie werden es informiert werden. Ich benutze Quynix, um meine Arbeit, um meine Work-Schedule zu sehen, um meine Vacationen vorzunehmen, und um meine Leitungen vorzunehmen. Ich kann eine Anwendung und eine Anwendung. Wenn ich meine Freizeit habe, hilft das auch, mit meinen Studien zu alignen. Anfangs war es so, oh nee, niemals drücke ich auf den Knopf, dass mir automatisiert meine Leute zugewiesen werden. Und heutzutage kann sich kaum einer diese Hilfe wegdenken, dass man im Endeffekt noch einmal rüberschaut, um zu gucken, hey, passt das alles, und den Haken hintersetzt. Es war also recht klar, dass sich mit dem Tool die Arbeit erleichtert hat. Quynix ist für uns ein extrem flexibler Partner, der uns geholfen hat, ihre Lösungen auf unsere Bedürfnisse anzupassen. Und dadurch konnten wir einfach extrem schnell expandieren. Und die Expertise von Quynix, gerade in der Internationalisierung, ist, glaube ich, einmalig in diesem Markt. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.